Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Waldhelden-Video. Auf unserem Kanal gibt es schon einige Videos zu unserem Strom-Setup hier in der Wohnhilde und unter diesen Videos tauchen immer wieder die Kommentare auf in der Art, Faltmodule sind deutlich günstiger, flexibler und effizienter als Dachmodule. Also kurz gesagt, wie dumm seid ihr eigentlich, dass ihr euch feste Module aufs Dach packt und in diesem Video möchte ich mal versuchen, möglichst neutral die Vor- und Nachteile von Faltmodulen gegenüber Dachmodulen aufzuführen und erkläre euch am Ende auch, warum wir uns für die Variante mit den Dachmodulen entschieden haben. Wie immer könnt ihr natürlich auch gerne in den Kommentaren eure Lösung oder eure bevorzugte Lösung dazu schreiben und auch warum ihr diese gewählt habt, damit nach Möglichkeit ein großer Pool an Wissen für alle, die hier zuschauen, zusammenkommen und jeder dann für sich die beste Entscheidung treffen kann. Wir starten einfach mal mit den Vorteilen der Falttasche. Ich habe mir hier meinen Spickzell, meinen digitalen Spickzell rausgeholt, damit ich auch nichts vergesse und da gehen wir jetzt mal einfach so die Punkte nach und nach durch. Also der erste Vorteil von der Falttasche ist natürlich, dass sie in der Gesamtsumme wesentlich günstiger ist, halt durch den zumindest teilweise nicht benötigten Einbau. Ich brauche trotzdem natürlich einen Laderegler, der muss ins Fahrzeug eingebaut werden, aber es ist natürlich nicht wie hier, dass ich Module oben aufs Dach kleben muss, was relativ aufwendig ist. Vielleicht habt ihr das Video gesehen aus der Camperklinik, wie wir das hier alles gemacht haben. Das ist ja im Grunde ein ganzer Tag Arbeit gewesen. Dann die Kabel ziehen, diese riesigen fetten schwarzen Kabel, die hier hinter den Möbeln versteckt wurden und je nach Fahrzeug kann das Ganze natürlich beliebig kompliziert werden. Das alles fällt natürlich weg und dementsprechend günstiger ist erstmal die Falttasche in der Anschaffung. Wobei, man muss natürlich jetzt dazu sagen, die Falttasche alleine, ich habe das mal nachgeguckt, ist etwas teurer sogar als ein Dachmodul. Die 200 Watt Anker Falttasche, die wir hier zum Beispiel haben, kostet ungefähr 400 Euro. Ein so ein Dachmodul müsste hier so gerade bei 3,50 Euro ungefähr liegen. Also ist jetzt kein riesiger Unterschied, aber die Falttasche, je nach Modell, ist aber ein bisschen teurer sogar. Dann haben wir bei der Falttasche natürlich klar den Vorteil, dass sie, ich sage jetzt mal, weniger anfällig ist für Verschattung, beziehungsweise ich kann sie natürlich dann immer aus dem Schatten rausstellen und der Sonne nachführen. Mein Fahrzeug, da wo ich das hinstelle, da steht es halt und da stehen dann auch meine Solarpaneele. Das heißt, gerade im Sommer möchte man ja gerne vielleicht irgendwo unter einem Baum stehen und hat dann natürlich das Problem, dass die Solarpaneele ebenfalls verschattet sind von dem Baum, unter dem man dann steht. Und wenn ich eine Falttasche dabei habe, dann kann ich die, ich weiß jetzt gar nicht, ob es da eine Limitierung mit der Kabellänge gibt, also abwandert irgendwann auch wegen den Verlusten und so, aber zum Beispiel hier sind ja auch, boah, da müssen so knapp 10 Meter Kabel sein und wenn ich die jetzt so im Radius ums Auto stellen kann, dann finde ich bestimmt irgendwo auch ein Plätzchen, wo noch Sonne auf meine Falttasche fällt. Und ja, wenn dann die Dachanlage nicht mehr laden würde, weil zu viel Schatten aufs Auto fällt, dann würde die Falttasche aber noch laden, also von daher ein klarer Pluspunkt für die Falttasche. Dann habe ich aufgeschrieben, flexibel bei der Verwendung, das bedeutet, ich kann meine Falttasche, wenn ich weiß, ich brauche sie gar nicht, einfach zu Hause lassen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich habe eine 300 Amperestunden Batterie, so wie wir die hier haben, da komme ich ein Wochenende immer mit hin, egal ob ich irgendwie Strom nachbekomme oder nicht, dann kann ich einfach sagen, okay, dann lasse ich meine Falttasche zu Hause und spare mir halt den Platz und das Gewicht im Fahrzeug. Interessanter Side-Fact, wusste ich oder hätte ich vorher auch nicht gedacht, aber eine Falttasche ist gar nicht viel leichter als ein fest verbautes Paneel. Ich habe mal nachgeguckt, wieder als Beispiel die Anker, die wiegt 9,3 Kilo und ein Dachmodul von uns wiegt 9,8 Kilo. Ja, ich gucke nochmal nach, nicht, dass ich Quatsch erzähle. Also in Summe, wenn wir jetzt alle vier Dachpaneele nehmen, dann bin ich zwei Kilo schwerer, als wenn ich jetzt vier Faltpaneele nehmen würde. Oder selbst wenn ich sage, ich bräuchte nur die Hälfte, aber ihr habt es verstanden. Also vom Gewicht her macht es jetzt keinen großen Unterschied, aber man ist flexibel und kann entscheiden, ob man die halt mitnimmt oder nicht. Beziehungsweise kann sie auch anders verwenden. Es gibt ja einige von euch, die haben einen Zweitcamper und sei es jetzt nur irgendwie ein Kombi, womit die so ein Weekender mal machen oder so und eine Falttasche, die kann ich dann auch einfach von Fahrzeug zu Fahrzeug wechseln. Beziehungsweise wir nutzen ja zu Hause auch viele Powerstations von Anker zum Beispiel und laden die dann immer mit den Faltpaneele zu Hause auf. Und dafür ist es dann zum Beispiel auch nützlich. Ich könnte die natürlich auch hier reintragen und dann übers Kabel aus der Batterie, Wechselrichter, bla bla bla, geht auch. Ist aber natürlich mit so einem Faltpaneele, weil man einfach direkt hinten an die Box anschließt, deutlich flexibler. So und dann kommen wir mal zum eigentlichen Totschlag-Argument, warum jetzt die Falttasche wirklich so viel besser ist, vermeintlich besser ist als ein Dachmodul. Und zwar kann man diese Falttasche natürlich immer exakt auf die Sonne ausrichten. Wir alle wissen ja, dass ein Solarpanel besonders effektiv ist, wenn es senkrecht zur Sonne steht und natürlich auch zur Sonne hin zeigt und dann auch der Winkel ungefähr senkrecht zur Sonne ist. Und das kann man natürlich mit dem Dachmodul überhaupt nicht hinkriegen, gerade zum Beispiel in der jetzigen Jahreszeit. Wir haben Mitte November, die Sonne steht schon sehr flach. Also wenn das jetzt mein Dachpanel ist und die Sonne so reinkommt und am besten wäre so, dann ist das natürlich was anderes, als wenn ich mein Faltpanel so hinstellen kann und die Sonne dann wirklich im rechten Winkel aufs Paneel fällt. Und dementsprechend deutlich besser fällt dann auch mein Ertrag aus. Ich habe mal hier was aufgebaut, um das auch mal kurz vorzuführen. Und das gucken wir uns jetzt mal an. So, kurzer Hinweis aus der Regie. Der nicht weiter erwähnte Zeugwart hat leider das Kabel nicht dabei. Deswegen können wir jetzt nicht hier live das Ganze ausprobieren. Ich werde es aber zu Hause nochmal für euch aufbauen und euch dann Werte zeigen. So, heute dann nochmal wirklich von zu Hause. Ich habe hier ein 100 Watt Panel aufgebaut. Nicht wundern, ich rede nachher im Video von einem 200 Watt. Das hatte ich jetzt aber gerade griffbereit. Also für unseren Versuch macht das hier auch keinen Unterschied. Und gucken wir mal, was jetzt hier reinkommt. Also wir haben 75 Watt ungefähr. Wir haben das Paneel ziemlich genau gegen die Sonne ausgerichtet. Kann man jetzt nicht sehen. Und jetzt gucken wir mal, was auf dem Dach reinkommt bei Wohnhilde. Und wir haben hier so ungefähr den gleichen Wert. Also tut sich jetzt nicht so viel. Und das ist natürlich interessant, weil wir haben draußen ein 100 Watt Panel. Und wir haben auf dem Dach 800 Watt. Also 840 Watt, um genau zu sein. Also wir haben auf dem Dach die achtfache Menge an möglichem Solarertrag. Und haben aber in etwa die gleiche Leistung, die reinkommt. Und ja, ich denke, das zeigt den Effekt ganz deutlich. Eine Sache darf man dabei aber natürlich auch nicht außer Acht lassen. Also die Wohnhilde, ich zeige es hier gerade mal. Die steht schon, ich sage mal, fast 100 Prozent verschattet hier von unserer vorderen Garage. Also so gesehen sind die Module schon ziemlich gut, dass die hier immer noch 70 Watt reinholen. Also es muss dann schon wirklich sehr schlechte Bedingungen haben, dass die Falltasche hier mehr Leistung bringt als die Dachmodule. Aber die Fälle gibt es und da kann man halt mit so einem kleinen 100 Watt mehr rausholen als mit 840 Watt auf dem Dach. Ja, wie gesagt, nicht wundern, ich rede im Video gleich von 200 Watt. Ich habe beide Taschen hier und die 100er, die lag jetzt gerade hier rum. Deswegen habe ich die genommen, zeigt ja aber den Effekt nochmal viel, viel deutlicher. Also mit dem 200 Watt hätten wir jetzt natürlich deutlich mehr Ertrag, als die Wohnhilde nativ mit ihren Dachpanelen macht. So, dann mal wieder zurück ins Wohnmobil nach gestern quasi. Zurück in die Zukunft, nee andersrum, zurück in die Vergangenheit. Zum Glück habe ich die Anker Solix F1200 heute nicht nur mitgebracht, um den Solarertrag der Falltasche anzuzeigen, sondern sie ist auch unser heutiger Videosponsor. Also nicht die Powerstation selber, sondern die Firma Anker Solix. Und ja, wer uns hier auf dem Kanal schon länger begleitet, dem wird aufgefallen sein, dass wir schon sehr lange mit Anker zusammenarbeiten und einige Powerstations bereits vorgestellt und getestet haben und auch viel zu Hause und im Wohnmobil benutzt haben. Und die Anker F1200 ist dabei aber eigentlich so meine Lieblings-Powerstation, muss ich sagen, weil sie durch die beiden Griffe hier und die 20 Kilo, also für eine Powerstation so im Mittelfeld, sage ich jetzt mal, aber mit den beiden Griffen kann man sie trotzdem noch ganz gut transportieren. Und im Gegenzug dafür bekommt man aber mit den 1229 Wattstunden und dem 1500 Watt Wechselrichter hier deutlich ein richtiges kleines Kraftpaket, was die meisten Aufgaben locker erledigen kann. Anker verbaut in seinen Powerstations ausschließlich langlebige Lifipo 4 Akkus, die problemlos 3000 Ladezyklen überstehen, was in etwa 10 Jahren täglicher Nutzung entspricht. Unter dem Label InfiniPower ist auch der gesamte Rest der Powerstation auf Langlebigkeit ausgelegt und sollte doch mal etwas kaputt gehen, dann habt ihr sogar 5 Jahre Garantie auf die komplette Powerstation. Die neuen Anschlüsse, die könnt ihr natürlich alle gleichzeitig für eure Geräte verwenden und hier dieses integrierte Ambient Light in drei Stufen ist ganz praktisch. Wenn man so wie wir die Powerstation im Kastenwagen unterm Bett stehen hat, auf dem integrierten Display könnt ihr alles ablesen, die restliche Kapazität, wie viel Solarertrag reinkommt und auch wie viel Energie gerade rausgeht. Richtig cool ist die Hyperflash-Technologie, mit der ihr die Box innerhalb von einer Stunde wieder auf bis zu 80 Prozent vollladen könnt. Ich habe letzten Monat bei uns die Garage komplett den Strom neu gemacht und alle Geräte und Licht und so weiter nur aus der Powerstation betrieben. Ja und wenn die halt mal leer war, dann habe ich die angeschlossen, war in der Zwischenzeit einen Kaffee trinken und wenn ich wieder unten war, war der Teil auch schon wieder halt zumindest bis 80 Prozent gefüllt, dass man halt weiterarbeiten konnte. Apropos Renovierung, die F1200 ist ein echtes Arbeitstier und musste bei mir auch schon einiges mitmachen, aber selbst ein Sturz aus einem Meter Höhe hat dem stoßfesten und feuerhemmenden Gehäuse nichts ausgemacht. Dank Smart Temperature Control braucht ihr euch über Feuer aber eigentlich auch keine Gedanken machen. Und denkt dran, der Black Friday steht vor der Tür. Bei Anker gibt es bis zu 1500 Euro Rabatt, coole Bonusgeschenke und ihr könnt an einem Gewinnspiel teilnehmen. Wenn das was für euch ist, dann schaut mal unten in die Videobeschreibung, da findet ihr den Link. Und jetzt geht es auch schon weiter mit dem Video. So, ich habe mir wieder meinen Spickzettel geschnappt und wir kommen zu den Vorteilen von den festen Modulen. Ich habe ja als erstes aufgeschrieben, sie nehmen im Fahrzeug keinen Platz weg. Ja, ist logisch, die sind natürlich fest auf dem Dach montiert. Dadurch muss ich die halt nirgendwo hier drinnen verstauen. Faltpanel klingt erstmal so, als wenn es keinen Platz wegnimmt. Aber wenn man sich jetzt hier dieses große 200 Watt, was ich hier mit habe, zum Beispiel mal anschaut. Das hat 60x60 Maße und ja, so 5 cm wird das breit sein, denke ich mal. Und das muss man halt auch erst. Also es ist nicht so, dass man das irgendwo in die letzte Ecke mal eben reinknubbeln kann. Das ist auch starr. Also das kann man jetzt auch nicht irgendwie biegen, dass man das in irgendwelche Schränke reinkriegt oder so. Also es ist nicht so, dass sie keinen Platz benötigen würden. Und das fällt natürlich weg. Ich habe meine Module immer auf dem Dach, brauche mich um nichts kümmern. Die sind immer dabei. Die kann ich jetzt zum Beispiel auch nicht vergessen. Das würde ich jetzt mal als klaren Vorteil für die festen Module sehen. Aber der eigentliche Hauptvorteil der Dachmodule ist natürlich, dass immer Strom reinkommt. Also permanent. Egal, ob ich fahre, ob ich stehe, ob man den Wagen abgestellt hat auf dem Hof, weil man jetzt gerade mal nicht unterwegs ist. Ob man auf dem Campingplatz steht, aber irgendwie mit den Rädern unterwegs ist. Ja, dann würde man zum Beispiel Faltpaneele ja in der Regel reinräumen. Oder sagen wir mal, es regnet den ganzen Tag, aber man hat dann irgendwie zwischendurch mal 10 Minuten Sonne. Auch dann würde man ja ein Faltpanel nicht aufbauen wahrscheinlich dafür. Und die Dachpaneele sind einfach immer einsatzbereit. Sobald ein bisschen Sonne drauf fällt, fangen die an zu arbeiten. Und das ist für mich der ganz klare Hauptvorteil von den Dachpanelen. Gehe ich gleich auch nochmal speziell drauf ein. Jetzt gehen wir erstmal auf die Nachteile der Falttasche ein. Ich hoffe, meine Stimme hält noch so lange. Ich habe hier aufgeschrieben, dass sie unhandlich ist. Ja, mag man jetzt vielleicht, also zumindest die, die ich jetzt habe. Das ist ein 60x60, also ist schon ordentlich groß und wiegt auch 9,3 Kilo, hatte ich ja gerade schon mal gesagt. Und Faltpaneele klingt immer halt so leicht, flexibel, klein, ist aber gar nicht mal unbedingt. Und wenn man dieses Teil halt ausfalten will, dann muss man diese Ständer da noch rausklappen, dass sie müssen dann erstmal richtig rum sein, weil die gehen nur in eine Richtung. Und dann macht man einen raus, dann fällt auf der anderen Seite schon wieder um. Und deswegen, ich persönlich finde die ein bisschen unhandlich, mag aber subjektiv sein. Ich habe es nur mal als Nachteil aufgeschrieben. Ja, ein weiterer Nachteil ist, also was das eine Nachteil ist, das andere ein Vorteil und andersrum. Also wenn sich das jetzt so ein bisschen quasi spiegelt, sei es mir verziehen. Ich wollte aber nochmal so die Hauptnachteile extra aufführen. Man muss es halt jedes Mal aufbauen, ja. Also ein Faltpanel ist halt nur so gut, wie ich es aufbaue. Ich muss es auch immer nachführen, auch sonst, wenn ich es einmal morgens irgendwo hinstelle, dann verliert es auch mit jedem Meter, den die Sonne weiter wandert, seine Wirkung und seinen Vorteil, dass es halt mehr Ertrag bringen könnte als ein flachliegendes Paneel. So, dann haben wir hier auch nochmal den Unterschied zu einem nicht perfekt ausgerichteten Faltmodul. Ihr habt es gerade gesehen, es ist ein 200er, was einfach senkrecht an der Wand hängt, auch voll in der Sonne steht, aber dadurch, dass es nicht ausgerichtet ist, haben wir hier nur 40, 50 Watt drauf, also bei doppelter Leistung nur die Hälfte Ertrag. Also wenn man nicht dran bleibt und die Dinger nachführt, dann verlieren die halt schnell ihren Vorteil auch. Und dementsprechend habe ich es mal als Nachteil aufgeschrieben, ja. Man muss halt jedes Mal erst raus, Faltpanel aufbauen, Kabel muss ja auch irgendwie vom Paneel zum Laderegler kommen. Ich weiß nicht, ob es da Außensteckdosen für gibt, habe ich noch nicht gesehen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr sowas wisst. Ansonsten muss halt irgendwo durch ein Fenster oder durch eine Tür geführt werden zum Laderegler. Und ja, das empfinde ich als klaren Nachteil, beziehungsweise wäre ich da zu faul dafür. Auch das Beispiel mit dem Regengrad zum Beispiel, wenn man dann rausguckt und denkt sich so, bleibt das jetzt trocken, kommt jetzt die Sonne, fängt es gleich wieder an zu regnen, renne ich jetzt raus, baue ich das Ding auf oder lasse ich das sein. Und deswegen für mich hier als klarer Nachteil. Dann eine Sache, die ist mir aufgefallen, als ich hier diesen Test machen wollte. Also hier, vor Ort hier die Dachpaneele gegen die Faltpaneele und dann die Tasche wieder einräumen wollte. Ihr habt es gesehen, die Straße und so ist alles nass und dreckig. Und das ist natürlich auch dann an den Paneelen unten der Mod von der Straße und vom Wasser, wenn man das auf irgendeiner Wiese abstellt, wahrscheinlich noch schlimmer. Und es ist natürlich auch nicht so schön, wenn man das dann halt wieder irgendwo ins Wohnmobil, wenn man jetzt Platz in der Garage hat, naja, okay, kann man vielleicht abputzen, aber ist halt ein Mehraufwand, der jetzt bei den Dachpanelen halt völlig egal ist. So, dann habe ich aufgeschrieben, man muss während des Ladevorgangs am Wohnmobil bleiben, bezüglich Diebstahl und Nachführen. Und das ist für mich oder für uns ein ganz, ganz großer Nachteil, weil wir eigentlich immer den ganzen Tag unterwegs sind. Also wir frühstücken morgens und dann machen wir uns auf den Weg und kommen irgendwann abends um 5, 6 Uhr wieder zurück zum Wohnmobil. Das heißt, die Hauptzeit, wo man im Grunde Sonne ernten könnte, sind wir gar nicht am Platz. Und wenn da jetzt jemand sagt, ja, man kann ja das Faltpanel vorne in eine Windschutzscheibe legen, müsst ihr euch mal angucken, da gibt es einige Berichte dazu. Wenn das Faltpanel vorne auf der Scheibe liegt, also außerhalb, dann hat man, war jetzt in dem Beispiel, irgendwie weit über 100 Watt Ertrag. Und wenn man es dahinter legt, gleiche Stelle, gleiche Sonneneinstrahlung, dann liegt das nur noch bei 21, 22 Watt. Also das kann man sich dann auch sparen, irgendwie eine 150 Amperestunden Batterie mit 22 Watt laden, dann ist man auch erstmal 100 Stunden weiter, bis sie dann voll ist. Das wäre jetzt überhaupt kein Gegenargument. Und auch, habe ich auch gelesen, dass einige die Dinger oben aufs Dach legen, ja, dann habe ich doch wieder überhaupt keinen Vorteil gegenüber dem Dachpanel. Dann kann man auch direkt ein Dachpanel draufschrauben und hat den gleichen Effekt. Also von daher, finde ich, ist der größte Nachteil. Weil, selbst wenn man jetzt sagt, so Diebstahl, habe ich jetzt keine Angst drum, dass das Ding jemand mitnimmt. Wie gesagt, die kosten ja auch 400 Euro, also zumindest das große jetzt hier. Ich würde es jetzt nicht da alleine stehen lassen. Und, aber selbst wenn ich sage, das wäre mir noch egal, dann verliere ich halt den Vorteil, dass es halt zur Sonne ausgerichtet ist. Weil, wenn ich zwei Stunden weg bin, dann ist es halt auch nicht mehr zur Sonne ausgerichtet. Und, ja, also von daher klarer Nachteil für mich, dass man immer am Platz bleiben muss, wenn man das Ganze laden möchte. Dann habe ich als letzten Nachteil, dass die meisten nicht wasserfest sind. Also dieses hier ist IP67 und das ist per Definition Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen. Also es ist schon relativ gut geschützt. Ich habe von den Dingern zwei und eins hängt zum Beispiel auch außen bei mir am Schuppen durchgehend, aber unter so einem kleinen Dachvorsprung. Also es kriegt halt ein bisschen Regen ab. Der läuft dann aber auch darunter. Das jetzt irgendwo draußen stehen zu lassen im Regen, mit dem Beispiel, was ich gerade sagte, baut man auf, baut man ab. Ja, nein, könnte man ja auch sagen, lässt man einfach stehen, weil es halt IP67 kann. Aber wenn sich dann wirklich mal irgendwie eine Pfütze oder so bildet, weiß ich nicht, ob das auf Dauer so gut ist. Also von daher, ich würde jetzt, wenn ich eine Falltasche hätte, die nicht draußen im Regen stehen lassen wollen. Ich habe es mal als Nachteil aufgeschrieben. Dann gehen wir zu den Dachpanelen nochmal über. Und zwar die Nachteile habe ich aufgeschrieben. Der Einbau ist deutlich teurer und deutlich aufwendiger. Habe ich ja gerade schon bei den Vorteilen von der Falltasche gesagt. Und wie gesagt, guckt euch gerne an, wie viel Aufwand und Zeit wir hier reingesteckt haben beim Umbauprojekt. Den Link dazu, den packe ich euch auch mal unten in die Videobeschreibung. Könnt ihr euch mal angucken. Und dann ist die ganze Sache einfach schwieriger zu erweitern und auch vom Platz auf dem Dach beschränkt. Also wenn ich zum Beispiel jetzt ein Wohnmobil habe, wo schon eine Satzschüssel, eine Internetantenne drauf ist, viele Häkis, eine Klimaanlage und weiß der Geier. Oder, keine Ahnung, vielleicht bin ich auch länger unterwegs, brauche zusätzlich noch Stauraum auf dem Dach in Form von einer Dachbox. Oder, keine Ahnung, ich nehme mein Kanu mit. Dann bin ich ja vielleicht sogar darin beschränkt oder kann sogar gar kein Dachpanel oben anbringen, weil ich den Platz natürlich auf dem Dach brauche dafür. Und das ist natürlich ein Nachteil für das Dachpanel, dass man halt im Grunde halt nur so viel auch wirklich drauf bringen kann, wie man Platz hat. Wenn ich jetzt eine Falltasche habe, dann kann ich theoretisch ja 6, 7, 8, solange der Laderegler das mitmacht, ums Fahrzeug rumstellen, ob das dann von der Wartung her noch Spaß macht, da jedes Mal 6 Paneele umzudrehen. Das steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber es wäre halt theoretisch möglich. Hier zum Beispiel sind jetzt 4 drauf, mehr würden nicht drauf gehen. Das heißt, eine größere Anlage würde jetzt nicht gehen. Wobei ich denke, dass wir mit unseren 840 Watt hier aber auch ganz gut bedient sind. Und wenn nicht, dann könnte ich ja immer noch eine Falltasche zusätzlich anschließen. So, nach all den Vor- und Nachteilen jetzt dann mal die Frage, warum haben wir uns denn für die Dachanlage entschieden, die ja vermeintlich halt nicht so günstig, nicht so flexibel, nicht so effektiv ist oder wie manche halt sagen, dumm. Und wir haben uns aber trotzdem dafür entschieden, weil für uns halt zwei Faktoren wichtig waren. Und der erste Faktor ist einfach, dass die Anlage permanent Strom produziert. Wir haben sehr viele passive Verbraucher hier im Fahrzeug. Also passiv meine ich, dass die einfach permanent im Hintergrund mitlaufen. Wir haben hier Sensoren. Wir haben die Wegfahrsperre mit inklusive GPS-Modul. Wir haben den Router. Wir haben hier einen Rapid verbaut, der aus der Aufbaubatterie immer die Starterbatterie mitlädt, wenn die eine gewisse Spannung unterschreitet. Und, keine Ahnung, ich habe wahrscheinlich auch noch Dinge vergessen. Und diese ganzen Sachen, die erzeugen hier so ein Grundrauschen von 20, 25 Watt, die müssen einfach reinkommen, weil sonst ziehen mir diese Sachen auf Dauer die Batterie leer. Dann müsste ich halt alle acht, neun Tage mit der Wohnhilde vier Stunden durch die Gegend fahren, um das Ganze mit einem Ladebooster wieder aufzuladen. Ich könnte natürlich dann einen größeren Ladebooster nehmen. Das ist aber halt auch zum Beispiel ein Grund, gehört jetzt eigentlich nicht in dieses Video, aber sonst würde der Kommentar wahrscheinlich kommen, warum wir keinen größeren Ladebooster haben, weil der halt auch nur Strom erzeugt, wenn man fährt und nicht permanent. Oder ich müsste mir halt irgendeine Möglichkeit suchen, Landstrom anzuschließen, dass er halt dann vom Multiplus oder wenn ich ein Ladegerät verbaut habe, von dem dann die Batterie geladen wird, damit diese Verbraucher hier arbeiten können. Und das war für uns so der erste Grund, der erste wichtige Grund. Und der zweite, ganz ehrlich, ich habe da gar keinen Bock drauf, jedes Mal diese Dinger aufzustellen und dann am Wohnmobil zu bleiben, die nachzurücken. Ich habe gerade gesagt, wir sind eigentlich den ganzen Tag immer weg. Dann, wenn die Hauptsonnenstunden sind, sind wir unterwegs. Und wir fahren nicht irgendwo tausend Kilometer, um dann den ganzen Tag vorm Wohnmobil zu sitzen. Ich weiß, manche Leute machen das, sieht man ja auf den Campingplätzen immer wieder. Meine ich jetzt auch gar nicht werten. Jeder soll Urlaub machen, wie er möchte. Für die ist das vielleicht eine Option. Aber für uns, wir fahren halt dahin, um uns die Gegend anzugucken, um irgendwie Dinge zu unternehmen halt. Und da möchte ich nicht den ganzen Tag irgendwie so eine Falttasche betreuen und die durch die Gegend schieben. Und um jetzt nur abends und morgens vielleicht das Ding eine Stunde laufen zu lassen, da kommt nicht genug Strom dann, zumindest für unseren Strombedarf, nicht rein. Und ja, wie gesagt, dementsprechend auch einfach Faulheit, jedes Mal die Dinger wieder rauszuholen, aufzubauen, abzubauen, wieder reinzutun. Wenn es regnet, das gleiche Spielchen vielleicht mehrmals am Tag. Also, sorry, ist für uns keine Option. Wer es gerne möchte, bitte. Also, ich spreche jetzt wirklich nur für uns, warum wir uns für diese Variante entschieden haben. Und der ein oder andere mag jetzt vielleicht denken, ja, dann wäre ja vielleicht die beste Variante eine Kombination aus beiden. Also, man baut zwei feste Module aufs Dach und nimmt eine Falttasche mit, die dann die anderen beiden Module sozusagen ersetzt. Wenn man sie braucht, dann schaltet man sie halt dazu. Und dann würde ich aber sagen, wenn man den Platz auf dem Dach hat und vielleicht auch von der Batteriekapazität sagen kann, dass man zwei, drei Tage auf jeden Fall hinkommt, auch wenn mal kein Strom nachkommt, dann macht das eigentlich zumindest wirtschaftlich keinen Sinn. Weil mit der Falttasche, du brauchst trotzdem den Laderegler, den brauchst du eh. Und du brauchst die Falttasche, die auch ein paar Euro teurer ist als ein Dachmodul. Das heißt, im Endeffekt musst du nur ein Dachmodul mehr kaufen für 300 Euro, plus minus. Und hast aber dieses ganze Gedönse mit dem Auf-Abbau, Bewachen, Nachschieben und so weiter. Also die ganzen Nachteile, die wir gerade aufgezählt haben, hätte man dann nicht. Letztlich muss das, wie bei so vielen Fragen rund ums Wohnmobil, jeder für sich selbst entscheiden. Das ist eine ganz individuelle Sache, auch total von den Faktoren und vom Reiseverhalten und dem Verbrauch auch vom Strom, also vom Strombedarf abhängig. Und wie du den zum Beispiel für dich schon mal ermitteln kannst, das habe ich in diesem Video hier erklärt. Und wir sehen uns hier nächste Woche wieder. Bis dahin und tschüss. Dann röchle ich euch hier nur die Bude voll. Das will ja keiner. Ui, da ist aber auch hier. Ich glaube, da müssen wir gleich schon mal bei der Apotheke vorbei, Herr Lehmann. Prost!